Liebe Patientin, lieber Patient, es freut mich sehr, dass Sie die gesplittete Variante der Voruntersuchung bei uns gebucht haben. Diese erlaubt uns eine wesentlich größere Flexibilität bei der Terminvergabe. Bei dieser Voruntersuchung werden alle Daten aufgenommen, nicht nur Messungen subjektiv, objektiv, aber das gesamte Auge wird digitalisiert, dass ich mir nach dieser Untersuchung alle Ihre Daten anschauen kann, alle Bilder anschauen kann. Alle Ergebnisse werden mit Ihnen genauestens besprochen. Ich werde Ihnen auch alle Bilder dazu zeigen und selbstverständlich führen wir dann die medizinische Aufklärung durch. Sie können so viele Fragen stellen, wie Sie wünschen und falls Sie noch zusätzliche Fragen haben sollten nach dieser Besprechung, dann bitte ich um eine kurze E-Mail mit diesen Fragen und dann entweder rufe ich Sie an oder wir veranlassen noch ein zweites Zoom-Meeting. Es ist sehr wichtig, dass Sie bestens für Ihre Behandlung aufgeklärt sind.